Vielleicht so beurteilt, weil wir in der Vorwahlphase sind, aber wir haben das für sich immer schon gemacht, dass wir uns einfach herausgegangen sind, dass wir Veranstaltungen in den Gemeinden gemacht haben, um uns einfach zu transportieren, was sind unsere Überlegungen, was sind nicht über das Ressort bezogen, sondern auch grundsätzlich Weiterentwicklungen über das Ressort hinaus.